Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Spurenlegen anzunehmen bei Himmelsfürst Omnurvon in der Heim der Träume an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest an und darf hier diese Speierkarte anklicken, die sich gleich daneben befindet, mit der rechten Maustaste. Für die Quest ist es egal welches Gebiet ihr auswählt. Ich entscheide mich für Azuna. Dann ist die Quest auch schon abzugeben bei Himmelsfürst Omnurvon in der Heim der Träume. an dieser Position. Hier sind auch die Koordinaten zu sehen. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao!